Siehst du das hier? Das hier, mein Sängerfreund, Freundchen, ja, das ist deine Zunge. Die meisten Sänger und Sängerinnen haben keine Kontrolle über bestimmte Abläufe im Gesang. Und bestimmte Muskeln, da habt ihr auch keine Kontrolle. Und ein solcher Muskel ist die Zunge. Und die Zunge ist das kleine Gehirn im Maul, sag ich immer dazu. Der Grund, warum du oftmals scheiße, muffelig, schrill klingst, liegt alles an der Zunge. Ich möchte dir aber helfen, denn 5. Oktober ist ja die Online-Ausbildung. Die Plätze sind wie immer begrenzt ohne Ende. Dieses Mal haben wir eine Psychologin mit dabei. Wir haben eine Ärztin, Logopädin, Psychologin, Singer-Song-Weiter-Modul, Produzenten. 19 Module, 3 Monate, Praxismodule mit dabei. Und jeden Dienstag sehen wir uns live. Ich unterrichte dich komplett theoretisch, anatomisch, praktisch. Und wenn das für dich neu ist, dann melde dich an.